Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tom Clancy's The Division. Der Flotte Dreier ist hier wieder unterwegs. Wadzi hat uns hier mit seinem neuen Gefährt, was vor mir steht, abgesetzt mit dem Müllwagen. Mit dem Einparken hat er es leider nicht so und deswegen hat er die Mülltonnen und was auch immer umgerannt. So, der Flotte Dreier hier vor mir, Wadzi. Und wo ist der andere? Ach, da hinter mir. Da, der andere kommt immer nur von hinten. Ist ja widerlich. So, und diesmal geht's zum Broadway-Warenhaus. Um hier was zu holen? Verseuchte Geldscheine. Verseuchte Geldscheine, wunderbar. Das ist Wadzi, den ich angeklickt habe. Dem wollte ich nicht heute eigentlich die Belohnung gucken hier für das komische Haus. Wollten wir die Schwierigkeit hochsetzen? Äh, mir egal. Keiner weiß, was passiert. Ich weiß, was passiert. Haufenweise cleaner. Naja, denn das... Naja, denn lass erst mal so bleiben, oder? Okay, Agent. Sie suchen die Geldscheine, mit denen unser Freund... Hat ja ein paar... Paar Flachzangen. Naja, das sieht man schon, dass hier Cleaner kommen. Hier glüht der Boden. Ja, aber die ganze Hütte brennt hier. Aber es leuchtet schön. Zivilisten. Das Kaufhaus ist eines der größeren Züchtlingslager, die wir überwachen. Ich will keine große Sache daraus machen. Das Virus stammt für den Abgleichsbilden. Wenn wir jeder hoffen, dass wir einen Impfstoff aufgeben... Da ist kein Problem. Zack. Da rennen sie weg, die Schweine. So, der brennt. Zack, wer hat den denn getroffen? Sauberer Treffer. Ja, klar, habt ihr beide getroffen. War als ob. Die Sprinkleranlage auslösen. Ja, weil brennt. Die ist hier hinten. Hä? Hä? Nee, du musst da hinten, ganz nach hinten und dann eine Treppe runter. Ah, bestimmt bei Exit, wa? Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine Treppe runter. Na, und hier kommen sie bestimmt gleich alle, wa? Nee, nee, nee. Ihr kommt nicht mit. Hast du Angst alleine? Naja, so ein bisschen schon, ja. Boah! Alter! Benny ist gerade die Deckung. Oh, Bomben sind hier auf. Oh, na super. Test tot? Ich brenne. Nee, noch nicht. Aber verseucht. Und ich komme hier nicht durch die Scheibe. Und hier fällt alles zusammen. Was? So, ich dreh auf. Ach, jetzt kommt der, ja? Ist ja. Möbi, 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 Möbi. Aktiv, wieder alles in die Luft. Ach, ich klopfe mich hier erstmal aus im Brand. Schieß mal hier irgendwer. Danke. Oh, hier kann man öffnen. Sehr schön. Wow, ein Mineralwasser. Voll. Kratzen. Suchen Sie alles ab, wo man geht. Hier sind welche, hier sind welche. Oh. Die Sprengleranlage ist an dir. Die dürfte ja ja nicht mehr brennen, theoretisch. Macht's ja auch nicht wirklich lange, wa? Aber rauchen tut's hier wie Sau. Kommen wir hier unten durch? Nee, unten kann man nicht durch. Ah, hier ist Munitionsbox noch, ja? Zum Auffüllen, falls wer braucht. Haben wir doch schon gesehen. Mei, ja. Schlecks. Ja gut, ich bin doch halt nicht der Schnellste. Ich brauch halt länger als andere. Mein Gott, Walter. Hm, hm, hm. Kosmetik. Oh, scheiße. Wie macht ihr denn hier? Ja, was machen die denn hier? Möpi plündert erstmal die Kassen, Junge. Nee, wir sollen doch einen verseuchten Geldschein suchen, Mann. Aber da ist nichts drin. Und auch nicht in der nächsten und der übernächsten. Ah, jetzt ob du das wüsstest. Verrat doch nicht alles hier. Spoilern und so ist scheiße. Aber hier ist noch ein Echo, Mann. Ein Echo? Echo. Komm ich gleich. Ist das voll? Was ist denn hier? Scan. Scan. Ah, okay. Wo ist das Echo unten? Ja, wir stehen. On my way. Was ist denn da oben? Na, ich bin den Geldschein nachgegangen. Oh, Echo. Habt ihr schon nach irgendwelchen Missionen hier geguckt? Ob es hier irgendwas gibt? Ich bin gerade hier schon lange gelockt. Also scheinbar nicht. Aber manche Echoes sind auch verpackt. Mutmaßlicher Mord. Kopfwunder. Manche Echoes sind verpackt? Oh, hier ist noch eine Tasche. Oh ja, nichts Besonderes. Eigentlich gar nichts. Wollen wir weitergehen? Ja. Ja, ja, okay, okay. Auf mit dir, du Lump. Oh, woher wusstest du das, Möpi? Das gibt's doch nicht. Da sind wieder Bösewichte. Mach kaputt. Ja, du wartest, bis wir da sind. Wo sind Bösewichte? Direkt dran vorbeigerannt. Einer ist da hinten. Du hast direkt dran vorbeigerannt. Autsch. Oh, wer hat denn hier das Rentier jetzt so abgeschossen? Ach, hier. Hm. 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 Potenzielle Feinde nähern sich. Kann ich ja gar nicht glauben. So, der explodiert. Wo ist denn der andere? Da. Alter! Was ist mit euch los? Was? Ja, aber nur so ein bisschen. Die alten Kakel haben es. Oh, da ist noch Werbung. Hm, wir hatten in den teuren Monitor geschossen. Kann irgendwer von euch mal heilen? Oh, hier liegt ein Geschenk. Ich bin da, ich bin da. Oh, da kommen ja noch mehrere. Ja, jup. Der X? Oh, da ist ein Dealer dabei, ja. Der lässt die Granate erstmal zu seinen Füßen fallen. Hat er gut gemacht. Sehr schön. Oh, der hing eben am Regal fest. Hm. Oh, was grünes. Ich hoffe, die Cleaners fackeln nicht alles ab, bevor sie diese Geldbeutung haben. Die Cleaners. Ob das grammatikalisch so richtig ist? Ich könnte ruhig mal aufräumen hier, die Dreckschweine. Kein Druck. Möbiklau die Kasse. Die schon mal zunächst. Ach, negativ. Ach, negativ. Test auf Virus-Kontamination negativ. Dollar-Noden-Bergen. Ah, was ist hier? Granate. Ne Tosche. Ne Granade. Du bist ne Granade, hör mal. Ne Wuchtbombe. Oh, was ist denn das hier? So, das war Lichtanfall. Och, wer bist du? Wer seid ihr denn? Was war denn das? Ne Alarmanlage oder das? Sprinkler. Sprinkler. Okay, okay. Oh, vorbildlich. Treppenhaus. Sail. Okay. Im Trinkglas. Scan. Das ist ja alles infiziert. Brandgefahr entdeckt. Ich habe einen anderen manuellen Zugriffspunkt auf das Brandschutzsystem gefunden. Ich schicke Ihnen den Standort. Na los, wo kommen die Cleaners? Das ist aber ein schönes Einkaufszentrum hier. Schön viel Platz. Na noch nicht. Erst einmal, dass wir das glaube, gewohlt haben, kommen wieder welche. Die bösen Buben. Alarm. Feinde in der Nähe entdeckt. Na? Oder jetzt. Oh, hier beschützen. Oh, sind die? Die sind ja drüben auf der anderen Seite. Wo rennt der Typ denn hin, Alter? Irgendwie an mir mit vorbei. Er rennt vorbei, er rennt zurück. Oh, weiß ich. Achtung, Kina. Neue Erfahrungsstufe, Level 10 erreicht. Bäm. Möbel ist noch 9. Watz ist auch schon 10. Ich bin gerade mal zur Hälfte auf. Okay. Und es hat Boom gemacht. Und es hat Boom gemacht. Boah, die sind ja hier alle hinter dem Dings da. Boah, es kommt sogar Lila nicht hier. Ich komme hier hinten alle aus dem einen Laden raus, habe ich das Gefühl. Ja. Bam, den Lila nicht hier. Dann habe ich hier unter Dauerfeuer jetzt nicht mehr. Hilfe, Hilfe. Ich kann gerade nicht, bin hier gerade auf der anderen Seite. Ich komme schon. Kein, bis dein Schaff ist locker. Wenn du dich wegrennst. Vielen Dank. So, Zeit für Granaten. Zack. Das reicht's mal. Oh, das war nur so eine Kampfgasgranate. Zack. Ähm... Granaten, Granaten. Ups. Ja, wir brauchen auch Geld. Die Agenten helfen uns auch nicht weiter. Warum nicht? Du alt Schokokrossi. Oh, oh. Halten Sie die Augen offen, Agent. Angehörige der JTF haben gerade das Eintreffen weiterer Cleaners beobachtet, während Sie oben beschäftigt waren. Gehen Sie hin aus dem Weg. Noch mehr Cleaners. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber wir brauchen diese Scheine. Ich bin mir nicht so zu sagen. Tschöne Böen. Das ist egal, wo wir hier uns abseilen. Ja. Einer von beiden halt. Jetzt werden wir wieder nach oben geschickt, oder? Nee. Wart sie, kommst du runter? Ja, ich hab nur noch schnell Munition aufgenommen. Achso. So. Oh-oh. Entfernte den kraftbaren chemischen Tankreiz. Oh, 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 oh. Und da hinten ist die Drecksau. Ähm, wo sind denn meine Spielgefährten? Ja, ich. Ach, du brauchst auch schon Hilfe, oder? Ist gerade eben. Firmadank. Oh, oh, oh. Boah. Warte auf Wiederbelebung. Wie kann man ihn wiederbeleben? Nein, 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 nein. So, der große Gelbe ist schon mal kaputt. Oh, wie kann... Ja, ich weiß. Das macht es nicht gerade einfacher, euch zu helfen. Ich... Na, mir musst du gerade nicht helfen. Da bist du. Ja, aber Wazi ist da rum. Oder tot, oder keine Ahnung. Ja, ich kann aber mal wiederbeleben. Geht hier. Machen wir gleich. So, erste Lilane kaputt. Du, einfach kurz her, ran, hier. Komm doch gleich, Wazi, wir kommen doch gleich. Mann, geh schon kaputt hier, du Kacktank. Bin da, bin da, bin da, aber alter, das dauert ja richtig lange hier. Steht doch da. Das klingert normal. Etwas. Achtung, Möpi. Gelber. Oh. Lebst du jetzt wieder, Wazi? Ja. Okay. Ist nur noch der eine gelbe, oder? Ja. Ja, ich weiß. Bäm. Einsatz abgeschlossen. Unbeschädigte Scheine mit dem ursprünglichen Virenstamm zu finden, war wie die Suche nach Nadeln im Heuhaufen. Nö, jetzt bin ich auch 10. Ich kann ihre Rückkehr kaum erwarten. Und, oh, Agent, die nächste Runde geht auf mich. Nö, falls es eine geht. Ey, morgen frei. Da haben wir jetzt alles, haben wir, ne? Haben wir. Hatta. Hatta, hatta. Ja, hätte auch schwer spielen können. Ja. Ja, gerade du. So, sind wir draußen, ne? Würde ich sagen. So, jetzt geht's Richtung Dark Zone, gell? Ne, der andere Einsatz noch, ne? Ach ja. Ja, der andere mit dem kleinen Geiselrettung quasi. Aber ich bin mir ganz kurz weg. Na, dann machen wir hier eine kurze Pause, einen kurzen Cut. Ja. Hoffen, ihr schaut beim nächsten Mal wieder ein. Däumchen da lassen, Kommentare unter dem Video, je nachdem, wo ihr gerade guckt. Und sagen Tschüss. Tschüss.